Hallo zu Hause zu Dance It Fitness. Das ist deine erste Dance It Starter Stunde. Vielen Dank, dass ihr auch hier da seid und natürlich zu Hause macht ihr Platz, habt Spaß. Die nächste Stunde ist viel Musik und viel Bewegung angesagt. Denk einfach daran, dass du dir bei allen Bewegungen, die wir machen, bei allen Moves. Mach immer so, dass du dich wohl damit fühlst. Wenn du irgendeine Bewegung mal nicht gleich drauf hast, hey, kein Problem. Du kannst das Video ganz oft abspielen. Natürlich gibt es ja auch die Tanz Tutorials, die du dir anschauen kannst. Ganz wichtig, trinken, ein Handtuch, weil wir werden definitiv schwitzen. Schau, dass Porzellan in deinem Umfeld auf alle Fälle in Sicherheit gebracht worden ist. Und falls du ein Tone-Me-Up-Band hast, wir werden es jetzt in der Starter Stunde noch nicht verwenden, aber du kannst es natürlich dann auch verwenden, wenn du das für dich schon möchtest. Ganz einfache Anlegevariation wäre natürlich Leg Loop oder auch Arm Loop mal für den Start. Alles weitere findest du auch in den Tutorials. Das heißt, wir müssen jetzt hier gar nicht so viel erklären. Ansonsten mach immer so, dass es dir gut tut. Und jetzt wünsche ich uns allen. Ganz, ganz viel Spaß mit unserem Warm-Up. Wir marschieren am Platz. Wir atmen noch mal ein. Noch mal. Und zur Seite. Jawohl. Step-Touch. Wir kreisen die Schultern. Jawohl. Andere Seite. Hopp. So. Touch nach vorne. Nach oben. Lange Arme. Ein bisschen tiefer. Hopp. Ja, Mann. Ein bisschen noch. Achtung. Ein. Zwei Schritte. Ein bisschen größer. Arme dazu. Oh. 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 Estone nicht eben. Oh. Achtung! Achtung! Nie hebel, da! Jawohl! Jawohl! Ein bisschen mehr Energie! Ein bisschen mitdrehen! Oberkörper rotiert! Tief bleiben! Jawohl! Ein bisschen Kämpfer! Achtung! Und nach oben! Ein bisschen warm sollte dir schon sein! In alto! In alto! In alto! Zu Seite! Immer wenn die Arme zu viel sind, lass sie weg! Nochmal atmen! Nochmal atmen! Wir machen den ersten Tanz! Cha-cha-cha! Und wie immer! Beziehungsweise wie immer wirst du noch feststellen! Wenn wir den Takt klatschen! Können wir den Lauf leichter tanzen! Cha-cha-cha! 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 Hello, Senorita! I really like to meet you! And get you on the dance floor! Achtung! Wir beginnen! Jawoll. Letztes Mal. Knie ein bisschen heben. Immer noch warm up, easy. Wir gehen tief. Was am Platz geht, geht auch zur Seite. Jawoll. Schön groovy. Ich nehme ein Ende dazu. Easy. Andere Arme. Hello, Senorita. I'd really like to meet you. And get you on the dance floor. I know my moves will slay ya. So honey, don't you lay ya. Mom and not a second more. Chia, chia, chia. Two, three. Chia, chia, chia. Two, three. Chia, chia, chia. Two, three. Chia, chia, chia. Ja, well, welcome. Chia, chia, chia. Say welcome. To your legs. Chia, chia, chia. Chia, chia, chia. Chia, chia, chia. Mal relaxen. Come on. Geht natürlich auch schneller. Das war aber klar. Einen neuen Schritt haben wir auch gleich noch. Achtung! Seek to find another one. Achtung! Ihr bleibt, wie ihr seid. Achtung! Anstelle am Platz schließen kommt ihr Zwiege. Links vor. Und rechts rück. Jawoll. Wir nehmen die Hände dazu. Rolli-Polli. Sehr schön. Arme nochmal verändern. Hände gekreuzzt. Wunderbar. Hopp! Hopp! Wir kombinieren. Hopp! Sehr gut. Wir nehmen die Hände. Wir nehmen die Hände. Wir nehmen die Hände. Wir nehmen die Hände. Schöner gerader Rücken. Und wir kombinieren noch mal. Zwei und am Platz. Und wir machen eine Pause. Ganz wichtig, was trinken. Sehr gut. Schon mal den ersten kleinen Teil geschafft. Einen Chacha haben wir natürlich gleich noch. Trinken haben wir uns verdient. Das tut immer gut. Wenn du zu Hause natürlich öfters Getränke brauchst, dann zieh dich nicht und geh auch öfters zur Flasche. Oder hab deine Flasche noch näher bei dir. Also nicht die Flasche mit dem Alkohol natürlich. Sondern was trinken wir? Wasser. Natürlich. So. Wir wollen aber nicht wieder kalt werden. Deshalb zurück auf der Flasche. Einen Chacha haben wir noch, bevor wir die Stimmung verändern. Aber erstmal nochmal. Ciao, ciao. Noch ein bisschen schneller. Achtung. Der erste Teil der Bibel. Und wir füllen noch was dazu. Schön, Spannung in den Armen. Achtung, Arme dazu. Ja, schön atmen. Knie heben. Hopp! Ja, schön atmen. A bailar, a bailar, volvamos a bailar. A bailar, a bailar, a bailar.